Objekt SCP-072 Klasse sicher Spezielle Eindämmungsprozedur Alle bekannten Fälle von SCP-072 sind in einer 3,5 x 4 Meter Arrestzelle zu verwahren. Der Zugang ist nur während zugelassenen Testverfahren erlaubt. Ohne vorherige Genehmigung von Senior Professor Grant dürfen keine Gegenstände, auf denen das Schlafen möglich ist, in einen Umkreis von 15 Metern um die Arrestzelle gebracht werden. Beschreibung Instanzen von SCP-072 wurden zunächst in einem Wohnkomplex in Michigan entdeckt, nachdem die lokalen Medien Berichte über dessen Wirkung verlauten ließen. Diese lösten eine lokale Panik aus, welche die Aufmerksamkeit des verdeckten Agenten erregte. SCP-072 ist eine schattenhafte und transluzente Projektion, die wie eine 0,9 Meter lange Hand aussieht, die sich zu etwas, was spitzen Fingern ähnelt, verjüngt. Eine detaillierte Aufnahme von SCP-072 ist schwierig, da es sich bei Lichtkonzentrationen von über 5 Lux nicht manifestiert. Manifestationen von Instanzen von SCP-072 wurden nur beobachtet, wenn ein Mensch, im folgenden Text als Subjekt bezeichnet, den REM-Schlaf in einem von SCP-072 infizierten Bett erreichte und ein oder beide Füße unter der Decke hervorragen ließ. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird SCP-072 am Fußende des Bettes auftauchen und wird seinen Zeigefinger verwenden, um das Subjekt am Fuß anzustupsen, bis es aufwacht. Subjekte haben berichtet, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten, nachdem SCP-072 dies getan hatte, und zeigten ähnliche Symptome wie bei einer Schlafparalyse. Dies hält an, solange SCP-072 sichtbar ist. SCP-072 wird dann seine spitzen Finger benutzen, um Teile des Fleisches von den freiliegenden Stellen des Fußes oder der Füße des Subjekts zu schneiden. Es wird sich nach jedem Entfernen in das Innere des Bettes zurückziehen und ohne das gesammelte Material wiederkehren. Es wird damit fortfahren, bis SCP-072 alle freiliegenden Teile des Fußes oder der Füße bis zu den Knöcheln geholt hat. Obwohl SCP-072 ausgesetzte Subjekte berichten, dass dieser Prozess extrem schmerzhaft ist, macht es ihnen der paralytische Effekt unmöglich, zu schreien oder um Hilfe zu rufen. Es ist nicht bekannt, ob Manifestationen von SCP-072 sich von dem gesammelten Material ernähren oder es für einen anderen Zweck verwenden. SCP-072s Effekte sind nicht tödlich, solange die Wunden richtig versorgt werden, doch wurde beobachtet, dass sie einen psychischen Schaden in Bezug auf zukünftigen Schlaf hervorrufen. Es gibt außerdem einen sekundären Effekt. Jedes Bett in einem Umkreis von etwa 10 Metern um ein Bett, welches die Effekte von SCP-072 manifestiert, wird ebenso eine Instanz von SCP-072 beherbergen. Die Zerstörung eines Bettes, das von SCP-072 betroffen ist, weist keine anormalen Materialien und keine Spur von dem biologischen Material, das von den Subjekten entfernt wurde, auf. Anhang Liste bekannter SCP-072-Objekte SCP-072-1, Strich 2 und Strich 3, sichergestellt in dem ursprünglichen Wohnkomplex. Drei Doppelbetten, welche jeweils nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt waren. SCP-072-4 Ein großes Himmelbett, welches während SCP-072s Zeit in der temporären Verwahrungsstelle für anormale Objekte in Standort kontaminiert wurde. SCP-072-5 Ein Schlafsack mit entferntem Boden wurde mit SCP-072-1 für Tests in Kontakt gebracht. Als D-2191 in dem Objekt in den REM-Schlaf eintrat, SCP-072-5 wird für zukünftige Tests nicht empfohlen. SCP-072-6 und Strich 7 Betten wurden zu SCP-072-2 gestellt und später zur Untersuchung zerstört. Überreste von SCP-072-6 und Strich 7 scheinen unbeeinflusst, müssen aber eingedämmt werden, bis weitere Forschungen abgeschlossen sind. SCP-072-5